Typ steht immer noch auf seinem Balkon. Ich weiß nicht, was ich hier für Lichter einstellen kann. Wir gehen einfach mal hoch und gucken, was oben so ist. Und ob wir diese gottverdammte Brücke mal... ...aufkriegen. Scheinbar nicht. Control Room. Hier haben wir aber auch noch Lights. 10 Packs of Batteries for the Flashlight. Keine Wurst. Keine Wurst für uns heute. Schalter kann ich nicht drücken. Oh, hier sieht es ja ordentlich aus. Mein Gott. Hier ist ein sehr ordentlicher Mensch gearbeitet. Okay, Stop Bridge, Draw Bridge, Green, Red, Red. Da ist anscheinend alles grün. Das ist schon mal gut. Okay. Können wir hier auch noch was machen auf dem linken? Sieht nicht so gut aus. Das ist auch Möcke, oder? Sieht zumindest so ein bisschen aus. Ah, guck mal hier. Oh, okay. South Light, Connection is broken. Set manual if Auto setting isn't working. Local like this computer. Hier, ja. Remote like main control center. Computer Bridge button. Not working. Bridge closed. Set lights first. No assess. Assess permitted. Assess permitted. Traffic light factory. Clearance high is limited. Okay. I can't believe no one has fixed this yet. Okay, ich habe ein Mädchen unter der Brücke gesehen. Bei diesen Boxskirts. Ich habe sie versucht zu kriegen, aber sie hat es geschafft wegzurennen. Okay, das ist wohl dieses Mädchen, was da unten wohnt. Don't press. That's great. I can't believe that. Cheers. Okay, gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwie was machen können. Assess denied. Error. Error. Manuel. Achso, okay. Ich wieder. Ich drücke einfach irgendwo drauf und hoffe, dass es dann funktioniert. Don't press. Okay. Lokal. Okay. Manuel. Lokal. Reset System. Gut lights. Gut gates. Lights bypass. Open bridge. Stop bridge. Close bridge. Don't press. Don't press. Don't press. Was habe ich denn jetzt angemacht? Irgendwas hat hier Bingen gemacht. Okay, ich schätze mal. Oh. Ja, das glaube ich auch. Ich schätze mal, wir müssen uns hier mit beschäftigen. No access. All permitted. Assessed. Permitted. Traffic limits. Facts will be reported with own signposts. Clearance is limited. Ich denke mal, wir müssen damit die Lichter, die unten sind, irgendwie einstellen. Hier kommen wir, denke ich mal, erst drüber, wenn die Brücke grün ist. So, und unten waren ja diese einen Lichter. Ich schätze mal, das müssen wir einfach auf grün stellen. Hiermit überschreiben wir die Lichter. Light 1. Control room. Control room. So, wir lassen es damit auf Control room. Dann müsste das eigentlich klappen, weil wir sind dann im Control room und könnten dann eigentlich die Lichter steuern. So denke ich mir das in meinem jugendlichen Leichtsinn. So, dann müssten wir jetzt ja von hier eigentlich die Lichter steuern können. Das ist alles Error, Error. Wir müssen auf jeden Fall den Traffic stoppen. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Key. Den ich nicht habe. Und der stand auch nicht hier, oder? Ich denke, damit können wir die Brücke... Okay, das wird ein schwieriges Rätsel. Da ist noch mehr Osmolot. Das ist ein schwieriges Rätsel. Das ist wieder so die Art von Rätsel, die zu schwierig sind für mich. Wo ich eventuell ein bisschen Hilfe brauchen könnte. Ein bisschen Hilfe. Huch, gehen wir mal runter. Hey! Okay, ich muss es mir nochmal in Ruhe angucken. Da konnte ich ja auch was auf blau und auf rot stellen. Das sind anscheinend die Straßenlichter. Wahrscheinlich muss ich die einfach auf rot stellen. Und hier auf blau? Ich muss nochmal gucken, was dieser Bereich mit dem blau so macht. Das ist irgendwie Sinn erg... Oh, oh, boah. Fast ins Wasser gefallen. Ob das irgendwie Sinn ergibt? Mal da gucken. Clearance heißt Limited. Klingt aber auch nichts. Ah, aber... Ah, guck mal. Aber die Schalter sind schon mal umgestellt. Hier haben wir jetzt rot. Aber hier ist immer noch... Wir reden an. Ich schätze mal, wir müssen irgendwie erst einen Zugangscode finden. Aber wie konnte ich den mal sehen? Das ist der Alburg Mushroom Book. Was ist denn da hinten? Da kommen wir aber nicht so einfach hin. Ich schätze mal, die anderen müssen auch irgendwie rot sein. Aber wie? Weil sie auf der rechten Seite... So, Light 1, Light 2, Light 3. Gucken, ob sich da was verändert hat. Und sonst müssen wir vielleicht diese drei Schalter entsprechend so und stellen. Rot, rot, grau. Grün, grün, grau. Assess permitted. No Assess. Rot, rot, grau. Clemens is limited. Grün, grau. Computer Bridge, weil da steht ja auch. Bridge closed. Set lights first. South light connection is broken. Set manuell. If auto setting isn't working. Das haben wir gemacht. Local oder remote? Main Control Center. Brauchen wir nicht. Computer Bridge, buttons. Not working. Bridge closed. Set lights first. Adjust some... Blah, blah, blah. Cheers. Ich denke mal, dass das rot ist, ist gut. Wir müssen aber beides auf rot haben. Also rot, rot, grau vielleicht. Wenn's denn überhaupt was bringt. Oh Gott. Okay, pass auf. Damit wir hier jetzt nicht so lange verbringen, würde ich sagen... Rot, rot, grau. Ich teste einfach ein bisschen rum. Und sobald ich das Rätsel zur Lösung habe, melde ich mich kurz zurück. Bis gleich. Ah, also hier kann man jetzt auf jeden Fall auf rot schalten. Das heißt, das müssen wir auch auf rot schalten. Also das untere. Müssen wir auf rot schalten. Und dann sollte es eigentlich laufen. Warte mal, das hatten wir doch beides auf grün, oder? Oder rot, rot, grau oder sowas. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ist zumindest das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Also nicht. Versuchen wir das einfach mal. Rot, rot, grau. Das wird schon passen. Das wird schon passen. Danke. Nee, ist falsch. Hab ich das schon fotografiert? Ja, hatte ich schon. Und... Dann müsste jetzt eigentlich beide Seiten rot sein. Hattet was Glück. Es ist alles rot. Okay. Damit kann jetzt kein... Kein Verkehr... Kein Flussverkehr mehr hier laufen. Und jetzt können wir... Scheiße, können wir immer noch nicht sagen. Warum können wir das nicht sagen? Reset System. Man kann natürlich alternativ wahrscheinlich auch einen Code eingeben, den man irgendwo findet. Okay, es geht. Yay. Es musste einfach beides rot sein. Gut. Eigentlich hatte ich schon da die Lösung des Rätsels, aber ich habe nicht gecheckt, dass man da... Dass man das zweite Rot über den Computer machen konnte. Egal. Die Brücke ist unten. Tja, jetzt setze ich gerne hier die Tür. Auf. Hier habe ich noch gar nicht geguckt. Die kriegen jetzt die Tür auf. Kommen wir hier jemals wieder zurück? Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie die Tür aufmachen. Vielleicht hier. Aufkriegen wir die nicht mehr. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie man die Tür aufkriegt. Ich habe es... Hm. Müssen wir vielleicht auch was umstellen. Dass es hier grün wird. Warte mal, da stand doch was mit Door. Door. Warte mal, wir gucken nochmal eben. Assess permitted. Vielleicht müssen wir jetzt Assess wieder auf permitted stellen. Nee, nee. Ist ja Quatsch. Oder dieses Don't Press On. Was macht da Bing? Close Bridge, Bridge, Bridge Gates. Ah, okay. Ich frage mich, was hier Bing macht. Don't Press On, Bing. Irgendwas hier links. What the fuck? Ach, das ist das Don't Press. Ah, das ist... Ich glaube, das ist dieses Fach hier an der Seite. Das macht Don't Press. Warte mal. Ich will mal eben gucken. Don't Press. Off. So, pass auf. Und dann ist wahrscheinlich das geheime Bierfach weg. Das geheime Bierfach... Ja. Okay. Oh, oh, oh. Können wir vielleicht fotografieren? Können wir vielleicht fotografieren? Hier, warte. Nee, schade. Schade. Kein Osmo-Olot. Bonus. Pfund oder so. Okay. Damit sind wir nun auf dem Weg in die Freiheit. Wieder zurück ins Büro. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Da hinten ist schon... Da ist schon der nächste Scheiß irgendwie. Da ist schon das nächste Problem. Ich habe gerade gesehen, man kann auch hier irgendwie noch runter. Da hinten ist auch noch was. Machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis dann. Haut rein, Leute. Tschaui.